Ja, für den Fall, dass wir uns selbst eine Datenbank erstellen wollen, dazu müssen wir vom Editor in das Autorenwerkzeug rein und sagen hier neue Datenbank. Wir brauchen die auch nicht so belassen, sagen wir einfach umbenennen und dann, sagen wir mal, ist die Datenbank Playlist. So, dann klicken wir auf Tabellen anlegen und jetzt wäre es gut, wenn wir uns im Vorfeld Gedanken gemacht haben, wie denn diese Datenbank aussehen soll. Ich habe jetzt hier mal eine ganz einfache angelegt, also erstmal eine Tabelle mit den Titeln, Musikgruppen, was für eine CD das ist und was für ein Label und ich möchte jetzt von dieser Labelspalte auf diese Labeltabelle verweisen. Jetzt ist die Frage, mit was ich beginnen muss und zwar, wir haben ja dann in dieser Haupttabelle einen Fremdschlüssel, wo wir auf diese Tabelle hier verweisen müssen und diese Tabelle, die unten, die Labeltabelle, die muss aber dann zu diesem Zeitpunkt schon existieren, sonst können wir da nicht drauf verweisen. Bedeutet also immer, man muss sich im Vorfeld genau im Klaren darüber sein, wie diese Datenbank aufgebaut wird und wo praktisch die kleinen Tabellen oder die Tabellen mit den entsprechenden anderen Informationen zu welcher Haupttabelle die Verknüpfung findet. Und hier ist es so, also hier können wir die Tabelle normal aufbauen, wenn wir bei der großen Tabelle dann angelangt sind, dann brauchen wir einen Fremdschlüssel mit dem Label zu dieser Tabelle hier. Gut wäre es auch, wenn wir die Daten dann schon entsprechend in Excel vorbereitet hätten, weil dann brauchen wir es ja auch bloß nachher noch rüber kopieren. Gut, schauen wir uns also an, wie das Ganze funktioniert. Wir sagen hier, also wir machen die, wir erstellen die Tabelle natürlich mit dem SQL-Code und hier sagen wir erst einmal Create Table. So, die Tabelle unten, die nennen wir Label, dann klicken wir hier entsprechend hin und sagen neue Spalte. Die erste Spalte ist immer die ID und hinten müssen wir angeben, was das für ein Datentyp ist. Wir erinnern uns ans allererste Video-Datentyp, also Integer, Text, echte Zahlen oder dann der Verweis auf irgendwelche Mediendateien. In dem Fall haben wir dann Integer und zusätzlich müssen wir noch sagen, das ist der Primärschlüssel, also die ID, Integer-Wert und das ist der primäre Schlüssel, mit dem wir praktisch auf die andere Tabelle dann verweisen. Dann sagen wir neue Spalte, dann haben wir also neben der ID auch das Label und das sind einfach Texte, die dann hier auftauchen sollen. So, das war es eigentlich schon. Das ist jetzt eine kleine Tabelle mit zwei Spalten und die ID-Spalte, das ist dann der Hauptschlüssel. Dann sage ich hier Auslösen und hier unten sehe ich auch die Tabelle Label wurde neu erstellt. Jetzt müssen wir die Tabelle noch füllen. Hier sind die Dateien und zum Füllen müssen wir eben auf Daten bearbeiten wechseln und hier müssen wir noch umstellen auf die Tabelle Label. So, und jetzt sieht man hier schon ID, Label und jetzt schauen wir uns mal an, was wir hier brauchen können. Die ID-Spalte, die wird nämlich automatisch erzeugt. Das heißt, im Prinzip brauchen wir hier nur diese zwei Einträge. Auch mal ein Rechtsklick, sage ich Kopieren und auch die Überschrift, die brauche ich erst mal nicht mehr. Und dann sage ich CSV Daten importieren. Dann kann ich hier einen Rechtsklick einfügen und mal schauen, ob das funktioniert. Wunderbar. Also die Tabelle ist hier entsprechend erstellt worden. Die ID ist automatisch erzeugt worden. Die erste Spalte, äh, die erste Zeile, die brauchte ich nicht, weil die hier schon vorher erstellt wurde. Wichtig ist noch zu sagen, Daten speichern. Okay. Wir gehen wieder in unseren SQL-Editor. Das können wir hier wieder löschen, wobei, die können wir eigentlich schon wieder verwenden, aber ich mache es jetzt einfach nochmal weg, dass wir von Grund auf das hier uns anschauen. Wir überlegen auch nochmal, was brauchen wir denn jetzt bei der nächsten Tabelle. Also, wir haben wieder eine ID, Titel, Gruppe, CD, Titelnummer, Ja und Label. So, also sagen wir wieder Trade Table. Das ist jetzt unsere Playlist. Dann sagen wir neue Spalte. Die neue Spalte bekommt wieder eine ID. Und das ist wieder der Primary Key. Jetzt haben wir wieder neue Spalte. Und wir hatten jetzt hier die Titel. Das ist allerdings normaler Text. Dann hatten wir die Musikgruppe. Also, Gruppe. Hier haben wir auch nur Texte. Neue Spalte. Dann hatten wir hier die CD. Text. Neue Spalte. Titel. Hier haben wir ganze Zahlen. Nehmen wir Integer-Wert her. Dann haben wir das Jahr. Erscheinungsjahr des Albums. Integer. Und jetzt haben wir die letzte Spalte. Label. Nehmen wir ein Integer-Wert. Und jetzt müssen wir nochmal sagen. Foreign Key mit der Referenz. Was sagen wir hier? Fremdschlüssel. Und das ist die Spalte mit dem Label. Also, die Spalte Label soll jetzt verweisen auf die Tabelle Label und den entsprechenden ID-Schlüssel angeben. Also, schauen wir uns das hier nochmal an. Wir haben jetzt praktisch diese Feldnamen erstellt. Und haben dann gesagt, der Fremdschlüssel ist Label. Die Referenz ist die Tabelle Label. Und zwar zur jeweiligen ID. Weil wir hier die ID 1, 2 hatten. Und bei der Label Spalte haben wir immer nur den Wert 1 und 2. Okay. Hier müssen wir alles haben. Dann lösen wir das Ganze aus. Die Tabelle Playlist wurde neu erstellt. Jetzt geben wir die Daten dazu ein. Also, Daten bearbeiten. Jetzt brauchen wir die entsprechende Tabelle wieder. Das ist die Playlist. Hier sehen wir unsere Feldnamen oben. Die ID lassen wir wieder aus. Wir gehen in die Excel-Tabelle rüber. Wir ignorieren die obere Zeile und die erste Zeile, äh, die erste Spalte mit der ID. Dann sagen wir kopieren. So. Dann wieder CSV-Daten importieren. Das können wir hier überschreiben. Und hier müssen wir noch eingeben, backslash T. Und sagen Daten einfügen. Okay. Dann müssten wir die hier alle haben. Wir sagen Daten speichern. Und jetzt ist diese Playlist Datenbank fertig. Schauen wir sie uns gleich mal im Editor an. Dazu müssen wir sie allerdings, obwohl hier Datenbank öffnen, können wir hier gleich machen. Ne, wir müssen sie doch erst so runterladen. So, hier sind wir wieder im Editor. Wer sich erinnert, hier bei Upload Datenbank, können wir die praktisch verfügbar machen. Die haben wir jetzt also hier drin. Und wenn wir hier auf Schema klicken, dann sehen wir also die zwei Tabellen. Einmal die Playlist, der Fremdschlüssel mit dem Bezug auf die Labeltabelle. Okay. Und jetzt können wir praktisch von vorne wieder beginnen und unsere Abfragen machen. Und da sind die Uni, der Fremdschlüssel zu. Und dann können wir die Uni. Untertitelung des ZDF, 2020